Guten Morgen aus dem kalten Religus. Wie viel Grad sind, weiß ich nicht, aber noch wurscht. Wir haben letzte Nacht in einer vegetarischen Herberge übernachtet. Wir hatten Glück. Wir hatten ein Vierbettzimmer mit zwei anderen Deutschen. Die Nacht war sehr angenehm. Gut geschlafen. Heute geht es nach Leon zu dieser riesengroßen, schönen Kathedrale. Da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt geht es erst mal nach Manzala de las Mulas. Ne Quatsch. Wie hieß das? Manzala de las Mulas, doch mal richtig. Und da gibt es erst mal ein schönes Frühstück. Das ist 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 ein schönes Frühstück. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020